Wir spielen heute Golfit um 100 Euro. Ich kann euch jetzt auf jeden Fall schon mal empfehlen, bis zum Ende zu bleiben, weil wir spielen auf jeden Fall die krassesten Maps. Hahaha. Bro. Alter. Ich mach direkt rein. Ja, ja, dann mach du auf jeden Fall mal direkt rein. Perfekt. Ist in Ordnung. Ja. Pass auf, ich zeig dir jetzt mal ganz kurz, wie ich das nämlich mache. Aber Bro, warte. Nicht lachen. Du hast zwei Strokes. Ich hab auch noch zwei. Ich hab zwei Strokes. Und ich würde sagen, der Gewinner kriegt die nämlich... Heute, sagen wir... Stark? 100 Euro. Also streng dich lieber an, ne? Das ist hier nicht Bundle berühren oder irgendwelche Challenges. Das ist jetzt hier Hardcore-Try-Modus. Ah, stark. Stark, stark, stark. Das Ding ist, davor hast du gewonnen. Jetzt gewinne ich. Ja, Bro, aber guck mal, pass auf. Och nein. In zwei. In zwei. Also, wirklich, geh nochmal golfen oder so. Aber was passiert, wenn ich in das Loch reingehe? Gar nichts. Okay, schade. Ich meine natürlich, dass ein Secret Viggo. Ich bin gerade noch voll verwirrt. Ich will die ganze Zeit nicht die Bande berühren. Oh, du hast vor dir eine Ecke. Eklig. Ach, nein, Bro, was? Stark. Was? Aber... Na. Ey, Bro, ey, wirklich, du hast auch letztes Mal stark angefangen. Aber dann auch stark nachgelassen. Oh, okay. Okay, pass auf hier. Ich warte jetzt nicht im einen. Nicht ganz, leider. Ah, nicht ganz. Aber in zwei sind wir beide drin. Ja, ja, das auf jeden Fall. In zwei. Beide geschafft hier. Easy peasy. War clean. War gut. Das war echt clean, muss ich sagen. Das ist auch eine coole Map. Ist gut rausgesucht. Da kann man es raus. Zum Wasser. Oh mein Gott. Zack. Wuii. 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 First try, äh, hole in one. Warum? Warum hast du hole in one und ich nicht? Wolltest du irgendwo gerade baden gehen, oder? Sag mal. Stark. Bro, ich hab doch genauso gemacht wie du. Machen wir nur noch hole in one Map? Oh no. Nein, nein. Auch jetzt ist es auch noch hier unten rutschig. Da wird man direkt bestraft, wenn man nicht mit V guckt. Wirklich. Ich weiß, ich weiß. Ich hab trotzdem mit V geguckt. Ich bin trotzdem bestraft. Was? Ja. Danke, Bro. Ja. Komm schon. Komm schon. Oh, okay. Clean. Okay, aber wieder zwei Punkte aufgeholt. Das war wichtig. Das stimmt. Was ist denn das, Bro? Yo, Bro, was? Hä? Und dann. Hä? Hä? Komm einfach mal. Okay. Carabine. Oh. Oh. Oh nein. Ja? Ich hab zu doll gemacht, Bro. Ich hab zu doll gemacht. Ja? Ich hab zu doll gemacht. Ja? Ich hab zu doll gemacht. das R gedrückt. Ja, ja, weil ich das jetzt so mache. Oh nein. Nein. Ach so, ja. Ja, ja, ja. Warte, warte, warte. Ich muss nur den richtigen Winkel finden, damit ich nicht rüber über das Ding rüber fliege. Oh, stark. Stark, Leon. Jetzt aber. Ja, ja. Oh, nein. Wie kannst du da hole in one machen? Ich weiß es nicht. Nein. Wie? Jetzt aber Tellerwäscher. Nein. Bro. Ja. Ja. Oh, oh. Ach, Digga. Wie hast du wieviel Glück? Du... Ey, du hast einfach so viel Glück. Ich hätte das direkt machen sollen hier rüber gehen sollen. Ich hätte direkt den einfachen Weg gehen sollen, Digga. Digga, du hättest dir jetzt vier Strokes erspart. Oh. Oh. Und der ist sogar... Oh, Mann. Das ist Troll. Ich glaube, das spielt Troll dich gerade. Halt echt. Halt echt. Oh mein Gott, Alter. Oh, fast. Oh. Hole in one. Ah, nee, das sind zwei Einsen. Oh. Aber, pass auf. Wir haben gerade Weihnachten. 24.12. Also, alles entspannt. Jetzt kommt Weihnachtswunder bei mir. Wie? Ja, Weihnachtswunder kommt hier. Oh. Ey, Digga. Kann doch nicht sein. Okay. Ich hab bisschen zu viel... Ey. Stark. In zwei. Hä? In zwei Reno. So, warte mal. Ich geh jetzt auch hier rein. Ich hab's jetzt Dreck zu machen sollen. Na klar. Ich glaub, ich bin zu hastig. Ich bin zu hastig gerade. Eben war ich viel vorsichtiger, als ich so Strokes gemacht... Wehe. Shhh. So. Digga, er rollt. Ich kann... Man kann Golf Fit? Ja. Sogar mit Controller spielen? Hey, als ob. Ey. Also, ey! Das war mit Controller. Ey. Wenn die... Ey. Ah. Nein. Wenn man das schafft, spart man sich... Ja. Ganz viel erspart, Bro. Also, na gut. Ich hab trotzdem die Schläge mal verschwendet, aber... Ja. Du machst trotzdem. Ja. Ein mehr. Ein mehr ist... Ich mein, ich hol jetzt in zehn Runden einfach auf. Ja. Ein paar Punkte. Ja. 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 Geil, Bro. Geil. Bin ich schlecht. Hole in nine. Hole in nine. Hole in nine. Das sind die halt auch für dich einfach. Das hätten wir das Problem. Das stimmt, mein Freund. Oh! Ähm. Ach, nee, Mann, Bro. Das kann doch nicht sein. Ach, nein. Jetzt aber... Jawohl, komm jetzt rein. Rein, 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 rein. Okay. Optimal. Oh! Du hast jetzt trotzdem drei mehr als ich, ne? Du holst einen. Du holst einen. Du holst einen. Es ist noch nichts gegessen. Natürlich ist nichts gegessen. Schack. Okay. Auch nicht schlecht. Gut gemacht, ne? Alles entspannt. Hast du gut hinbekommen. Muss man den lassen. Soll ich jetzt ernst spielen? Okay. Äh. So. Okay. Zack. Welches Job gehen wir? Gehen wir in das Loch hier? Wir gehen in das Loch. Das ist gut. Oh! Oh! Hä? Hä? Du bist schon durch! Ja! Du hast einen Secret gegangen gewesen. Ich war einfach nicht so schnell, muss ich sagen. Ich war einfach nicht so schnell. Oh! Oh nein! Ja! Und wieder zwei mehr. Guck mal, ich sagte, ich hol die Punkte langsam ein. Äh. Hä? Hä? Wieso bin ich hinten wieder? Ha! Ja, ja. Finde ich korrekt, muss ich sagen. Nein. Finde ich korrekt. Bro! Was? Warum? Jetzt aber. Oh mein Gott. Okay. Weird Flags. Ja, okay. Okay. Jetzt aber. Okay. Mystic Waters. Mystic Waters. Was geht jetzt ab? Oh. 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 Ey, Bro. Warum ich so langsam immer? So, warte. Ich schaffe es hier ganz kurz durch. Easy peasy. Oh! Oh, Eagle. Igel. Ich habe nur zwei gebraucht. Ja, die Maps, wo man keinen Skill braucht. Doch. Ah. Ja, wohin soll ich? Ja, Bro. Das geheime Loch musst du finden. Jetzt sag ich mal, ich kann hier drauf chillen. Doch, doch, doch. Ich bin hier respawned. Ah. Wer mich baiten wollte. Ganz, ganz schlecht. Oh mein Gott. Nur drei Punkte unterschiedlich. Alright. Okay. Wow, White. Oh. Stark. Stark, Rino. Zack. Wo bist du? Zack. Oh. Oh. Willi, grad muss ich höher gehen, ne? Wow. Ja, Birdie. Birdie. Ja. Okay, Birdie. Ich auch. Halloween Map? Halloween. Boah, Bro, geil. Zack. Okay. Oh nein. Voll unterschätzt. Oh nein. Oh nein. Das ist gut. Das habe ich jetzt. Jawohl. Okay. Und dann... Nein, nein, nein. Nicht mit der Sense. Nicht mit der Sense, Digga. Ja. Bin da. Okay. Nein. Oh, Sense, Mense. Der hätte ich direkt reinmachen müssen. Was... Was muss ich machen, Alter? Ne. Ah. Nein, ich hätte ihn reinmachen können. Bro. Oh, jetzt sind wir einfach wieder. Ein Punkt Unterschied. Pass gleich auf. Es wird spannend. Ein Punkt. Es wird spannend, Bro. Äh. Lol. Das erwischte man noch. Ja. Ja. Ah. Wie ein junger Gott. Wie ein junger Gott. Wie ein junger Gott. Hole in one. Hole in one. So schnell geht's, Bro. Was? Du bist bei fünf Strokes? Ah. 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 Ja. Oh mein Gott, Alter. Du... Oh mein Gott. Du hast es dir so verhauen in der Runde jetzt gerade. Habe ich auch. Du hast es dir so verhauen. Ich möchte gar nicht mehr. Ich möchte es eigentlich gar nicht mehr. Neun Strokes und nicht nur ein, Bro. Sieben Punkte Unterschied, ne? Ja, willst du das nochmal unter die Nase reiben? Gerne, Bro. Würde ich schon gerne machen, muss ich sagen. Oh. 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 Hey. 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 Wie bist du denn schon drin? Auf jeden Fall. Sieht schon krass aus. Macht doch mal die Tricks noch. Aber die Löcher sind zum Glück so groß. Okay, entweder erweitert, Beginner oder like a boss. Ich bin Beginner. Also, Bro. Du warst im Weg bei mir, ne? Bam! Siehst du Birdie? Birdie! Ich hab verloren. Das Ding ist, du hast ja das Glück, dass ich so korrekt bin und sage, wir zocken erst noch in der Map. Das heißt, wenn ich die nächste Map auch gewinne, Bro, dann schuldet es mir sogar 200 Euro. Ja, okay. Das ist mein Angebot. Doppelt oder nichts? Also, sag. Wir machen doppelt oder nichts. Alles klar, Leute, wir gehen rein. Also, du hast ja auf jeden Fall jetzt hier gesagt, doppelt oder nichts und hast noch nie mehr brauchst du zu. Du hast gerade gesagt, jede Map ist Hole-in-One, also möglich? Jede ist Hole-in-One möglich, Bro. Ich zeig es ja mal, ja? Machst du einmal so. Und er ist drin. Hole-in-One. Und das geht in jeder... Aber ich hab doch... Was? Hat mir noch die Punkte auf dem Schirm, welche Punkte ich hatte? Weiß ich nicht, aber hier ist neu. Hier ist neu ins Doppelt oder nix, Bro. Okay, okay, okay. Also hier... Okay, warte. Ich weiß genau, was man machen muss. Den hier. Ja, same. Ja. Oh, stark. Siehst du? War einfach nur stark gespielt. Aber das ist cool. Das ist echt was, was ich noch nicht gezockt habe, so eine Map. Wo man einfach... Neeein! Ja, Bro, ja! Du schummelt. Du schummelt. Ich sag dir, das war einfach wieder der Tellerwäschearm. Ah! Bro, nee, 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 nee. Oh, 200 Euro. Ich bin pleite. Ja! Okay, ja, nicht schlecht. Okay. Oh, nein. Okay, schwierig. Hä? Okay, warte, das war aber... Ich wollte gerade sagen... Ja, gut, aber... Genau wie du. Genau wie du. Ich glaube, du hast da gar keinen Unterschied. Oh mein Gott, Bro! Ich hab dich so auseinandergenommen gerade. Ach, das ist das Richtige? Das war... Wieso drücken wir auch kein V mehr? Ich drück die ganze Zeit-V übrigens. Ach, das ist ja... Jedes Mal. Oh, das ist ja... Yep, und drin. Und holy moly money money. Okay, es war doch einfach echt Spaß. Oh, was jetzt? Scheint den hier, ne? Oh mein Gott. Okay, warte. Das ist ja richtig cool. Nein. Du musst Döller machen, glaube ich. Wie cool ist das denn? Ja, Mom, Bro. Aber ich hätte Döller machen müssen. Wir sind aber... Wir sind gut bei... Wir sind beide dabei. Och, nee. Och, nee. Du hast R gedrückt. Du hast R gedrückt und die Gap. Und drin. Triple Boogie. Okay, weil das Ding ist, man kann ja theoretisch hier der Map. Hole one schaffen, hast du recht. Okay. Welche von den... Ich suche das Richtige. Ich weiß, welches es ist. Jeder macht dort zuerst aus, dann weiß ich es auch. Oder? Nee. Hä? Hä? Hast du eine Hellen-Map oder so, ne? Hä? Das ist ja nicht jetzt... Hä, wieso man denn... Wo ist das Loch? Ich weiß auch nicht, wo das Loch ist. Ich glaube, eins hat ein... Einer hat einen... Kleine 31er. Was denn? Hä? Ich habe ein Loch gefunden. Das ist das zweite. Das ist das zweite Loch. Das ist echt krass, dass sie es einmal in die Ecke gemacht haben, ne? Ja. Das habe ich nicht gedacht. Schlecht von mir. Ja, das wäre eigentlich nicht so optimal. So hier vorne. Okay. Ich könnte mal ein bisschen durchgehen. Ja. Dann würde ich nochmal sagen... Rein hier in die Kerze! Das ist doch mal ein Hole in One schaffen. Es geht alles hole in. Hole in. Dann soll ich auch dafür, dass ich das auch Hole in One mache. Zack. No way. Bam. Bam, 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 bam. Hä? Ja, du bist bei mir. Hä? Also ist es irgendwo ein Hole in One versteckt, ne? Ach so meinst du. Denke ich mal, ja, ja. Aber nee, warte mal. Da ist... Ich mache nochmal neu. Da ist Geschwindigkeit. So, muss nämlich... Jawohl. Und jetzt ist nämlich da die Geschwindigkeit-Booster. Oh, na! Komm schon! Hallo! Ich sehe es. Aber ich mache es nicht in Hole in One. Mach du deine Punkte. Zack. Es geht um 200 Euro. Es geht um 200 Euro. Nein, 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 nein. Tschüssi, düssi, 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 düssi. Nein, nein, nein. Ich habe einen 3. Nein, 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 nein. Mach deine Punkte. Hol deine Punkte. Nein, nein, nein. Warum so langsam? Drück F, das macht keinen Unterschied. Das macht keinen Unterschied. Was? Wenn du F drückst. Dann müssen wir genau wieder an den selben Sport gucken. Ah, okay, okay, okay. Gut zu wissen. Dann mache ich kurz. Dann mache ich kurz. Dann mache ich kurz. Iuuuuh. Stopp! Meine Damen und Herren, wir leiten den Rückwärtsgang ein. Und... Piep, 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 piep. Och Mann, Digga, das kann nicht sein. Jetzt aber. Stopp jetzt hier. Ja, ja, der stoppt. Der stoppt. Der stoppt nicht. Der stoppt nicht. Mach mal mit Gefühl. Hab ich doch. Der ist gut, der ist clean. Der ist gut, der war gut. Der war clean im Merino. Ach, ey, mein Gott. Oh, einen Moment. Ich werde angerufen. Oh. Möchten Sie die 200 Euro jetzt schon? Ich mache noch die Runde zu Ende. Okay, okay. Ach, nein. Schuhe, Doppel-Looping. Nein. Double-Loop-Rino. Oh, nee. Doppel-Looping. Hä? Du darfst du nicht zu viel gesprüngert nehmen, ne? Jop, 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 jop. Jop, 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 jop. Jop, 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 jop. Häh? Wieso bist du unten? Hä? Nee! Oh! Nein, der war auch wieder zu doll, oder? Zwei Stro- Oh, ne, der war so ich. Der war so ich. Der war so ich. Ach, Mann. Der war doch Crispin clean, Digga. Ach, Mann. Ja, aber das Ding ist ja, wer clean gewesen wäre, wäre das der erste Schlag gewesen und nicht der siebte. Lüge, Lüge, dat gibt ne Rüge. Oh, 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 okay. Okay! Oh, in zwei? Zwei Strokes ist... Not bad. Ja, okay, ich dachte gerade kurz. Ja, das ist echt nicht schlecht. In zwei Strokes kann man solche Sachen machen. Ich habe das Gefühl, man muss hier echt manchmal sehr, sehr viel Power benutzen. BAM! Oh, wieso? Einmal viel Power benutzen. Hä? Hä? Ich habe keine Ahnung, was ich gemacht habe. Ich habe einfach Power benutzt. BAM! ÄH! BAM! Also, ich würde dir empfehlen, dich einmal zurückzusetzen. Ich habe dir Hole in One gemacht, ne? Setz dich einfach zurück und dann Baller voll gegen. Hä? Ja! Ja! Danke für den Tipp, obwohl wir um 200 Euro spielen. Ja, ich meine ja nur, ne? Ich bin ja immer noch der Korrekte. Oh Gott. Oh Gott, bitte. Lass mich hier genau die Kante jetzt überrühren. Bist du der Coole von der Schule? Ja, bin ich, Bro. Ich bin der Coolste. Und du bist... Du bist so ein Randle. Du bist ein Randle. Du! So, warte mal. Haben wir hier irgendwo ein geheimes Ding versteckt? Ich muss kurz Mathematik machen, Bro. Ich habe Mathe gemacht. Alter! Du warst im Weg. Ja! Danke, Hole in One! Für dich! Danke schön! Nein! Du führst! Jaaaa! So schnell geht's wieder! Warte, warte, warte. Ich kriege gerade sogar eine SMS. Was steht da? Ach! Oh! Wollen sie die 2 Euro jetzt schon losschicken? Oh Gott, nein. Verdammt! Nein! Das ist echt geisteskrank schweres Loch. Ja, ist es das? Oh Gott, das ist echt... Warte mal. Oh, das ist halt... Alter! Ist da irgendetwas Geheims oder so? Ich nicht. Ich glaube, wir machen einfach viel zu doll. Oh mein Gott. Ich glaube, das ist so dieses ganz, ganz... Äh! Hä? Und das wäre jetzt wieder deutlich zu wenig? Am wenigsten sind wir ja beide jetzt... Ja, ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Och nein. Noch einen Schlag mehr. Noch einen Schlag mehr, Bro. Bro, Out of Stokes. Out of Stokes bist du? Ich wusste nicht wie. Also, ich hab keinen Plan. Das war ganz, ganz weird. Das ist natürlich... Okay, lass du, Bro. Guck hier. Hole in one. Das wäre ja einfach, Digga. Weißt du... Ach! Was ist das denn? Hä? Hä? Wo sind wir jetzt hier auf einmal? Scroll raus! Ich merke das. Wir sind auf einer Minimap, oder was? Oh mein Gott! Hole man den Dings! Wie, welch? Oh! Oh! Hä? Wow! Was machst du da? Wohin? In die Schlange rein. Ach, man muss richtig weit ausholen, wenn man verlangsamt ist, ne? Ist es das Loch davon? Hä? Bro, ich weiß jetzt auch nicht, was hier abgeht. Ich hab keine Ahnung, Bro. Ich weiß es... Mann! Ja, okay. Okay, okay. Okay. So. Bin ich drin? Ja! Bist du drin? Ach, das ist das Loch! Ach, das ist... Ach so! Das ist das riesen Loch! Ah, okay! Ey, ne komplette Map, die so ist, wär mal cool! Ja, aber voll verwirrend auch, ne? Äh... Ja, okay. Oder? Ich war in vier. Okay, ich dachte grad schon, ne? Oh, jetzt ist es spannend. Ich bin in vier. Was ist das denn jetzt? Jetzt muss ich voll reinzoomen. Ich auch, voll zu Babymap. It's better to do be down than up. Aha. Down und... Was? Was? Keine Ahnung, was der meint. Ähm... Muss halt voll Speed haben, Alter. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, Bro. Nee, das muss ja... Nein, 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 nein. Du siehst, wenn du V drückst, siehst du, dass es falsch ist. Wenn ich V drücke? Ja. Woran denn? Ja, gib mal V und jetzt geh mal raus. Ah, okay, okay, okay. Ähm... Was machst du denn? Warum machst du das denn wieder so? Ist doch locker falsch. Oder? Ich weiß es nicht. Aber er kommt von der Seite. Ähm... Hä? Voll der Troll gerade. Ich bin... Ich bin im Loch. Wie, du bist im Loch. Ich bin einfach links lang gefahren. Wie bist du gar nicht? Ich bin doch drin, na klar. Ja, wo soll das Loch hier gewesen sein? Irgendwo random war ich drin. Hä? Mach einfach, ist es ein Troll? Wie? Warte, ich... Ja, ist es ein Troll? Bro, vertrau mir doch. Nein, nein. Mach einmal so doll wie es geht. Vertrau mir! Äh! Jetzt nochmal gleich und dann nochmal. Oder beim zweiten Mal, beim dritten Mal war ich drin. Aha. Glaub ich dir irgendwie nicht. Hä? 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 Ey, das ist doch locker ein Troll jetzt. Nein! Entschuldest du mich jetzt? Richtig! Du bist voller Wuch! Was war das? Ey! Hä? Ich war da drin. Bei mir war ich... Hä? Bro, du veräppelst mich doch. Nein! Real Talk! Nein! Ich war hier irgendwo drin. Hä? Bro! Ist doch wirklich da! Du veräppelst mich! Oh nein! Digga, du bist ein Veräppler, Alter! Nein, nein, nein! Also wirklich jetzt! Alter! Run out of time! Hey, du bist so ein Assi, Alter! Oh mein Gott! Du bist so ein Assi! Hä? Und wie soll man hier wieder schon Hold on One schaffen? Woah! Im 2! Ach, ich bin hier in so einer losten Ecke! War ich auch! Ich hab von da einen 2 gemacht! Oh mein Gott! Aber du hast eine cleane Fahrt jetzt! Ja, aber es ist ein bisschen angehört! Hä? Mein Telefon klingelt! Oh nein! Ja, hallo? Das Kreditinstitut von Leon? Ja, die 200 nehm ich schon mal! Dankeschön! Oh! Das tut weh! Oh! Aber das Ding ist, du brauchst auch nur einen... Oh mein Gott! Voll jetzt die Map! Good luck! Okay, hab ich! Oh! Oh mein Gott, Bro! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Er sagt einfach good luck! Er sagt einfach good luck! Oh mein Gott! Er sagt good luck! Hab ich schon gesagt, dass er good luck ist! Oh mein Gott! Oh! Auf die Kante! Auf die Kante, Bro! Aber ich hab den Dreh jetzt raus! Ich hab den Dreh raus! Ey! Auf die obere Kante, Bro! Hä? Bin ich! Bin ich! Bin so doll! Ich hab mein Setup kaputt! Ich hab mein Setup kaputt! Ich bin raus! Ich bin jetzt... Ich treffe! Ja, langsam! Oh mein Gott! Digga! Nein! Ich hätte das so gebrauchen können! Gerade beide 14! Trust me! Remember this! Ähm! Ja! Ich weiß nicht warum! Hä? Ich weiß nicht warum! Die Map ist ab jetzt unsichtbar! Oh mein Gott! Wir spielen hier... Wir spielen... Bro! Nicht im Ernst, Digga! Wo ist der Weg? Wo ist der Weg? Wo ist der Weg? Oh mein Gott! Da war auch nicht der Weg! Da auch nicht! Hier? Ist er hier gewesen? Oh! Nein! Sag nicht, du hast den Weg! Sag nicht, du hast den, oder? Hä? 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 Bro! 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 So, ich träg R! Ich auch! Äh... Hä? Ach, dann wird's Out of Map teleportiert, oder was? Oh mein Gott! Das ist so toll! Bro! Außer... Hä? Ich bin Out of Strokes! Ist das woanders? Wie jetzt? Ich bin Out of Strokes! Oh mein Gott! Hä? Deine Möglichkeit da einzuholen, ne? Ist vorbei jetzt! Soll ich denn zu diesem Ziel kommen? Oh mein Gott! Ich weiß, wie ich Idiot! Ich weiß... Oh noch nicht! Ah! Du hast den Weg gefunden, oder? Ah! Ah! Das ist trotzdem der Weg! Ich bin direkt vom Ziel! Nein! Nein! 92 zu 94! Ey... Ja! Ey dann... GG Bro! GG! GG! Das soll es auf jeden Fall gewesen sein. Wenn ihr von euch mehr sehen möchtet, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Checkt unbedingt bei News aus. Aus drei, bis morgen. Ciao, ciao.